Noch ist Hochsommer in Deutschland, die Temperaturen erreichen 30 Grad oder mehr, aber schon am Samstag ziehen dunkle Wolken am Himmel auf und dann kommt das Tief Manfred am Montag zu uns. Dann wird es wechselhaft mit Regen, mit Gewittern, vielleicht sogar mit Unwettern im Süden und die Temperaturen, die stürzen richtig ab. Also es geht runter, am Dienstag haben wir gerade mal noch so 20 Grad, also um 10 Grad geht es nach unten und die Frage ist, bleibt es so? Und die Antwort ist, nein, es bleibt nicht so, denn Manfred hat einen starken Gegenspieler und das ist Hochfridoline über den britischen Inseln. Und Fridoline bewegt sich langsam aber sicher nach Osten, Richtung Nordsee, Richtung Skandinavien. Dann kommt auch wieder warme Luft zu uns, wir sind quasi umzingelt von warmer Luft. Ab Donnerstag haben wir im Süden dann schon wieder 25 Grad Richtung Wochenende, vielleicht sogar schon 30 Grad, aber man muss auch sagen, im Norden und im Nordosten bleibt es relativ kühl von den Temperaturen her, aber es gibt auch wieder mehr Sonnenschein und mehr Sonnenschein heißt auch, dass es tagsüber schön warm wird. Am Abend wird es relativ schnell kühl und morgens kann es dann schon mal Nebel geben, aber das Wetter wird über die Woche gesehen besser. Also die Woche fängt kühl und wechselhaft an und steigert sich dann im Laufe der Zeit. Also der Sommer ist noch nicht vorbei, er kommt sozusagen wieder. Die besten Feuersagen für den Ort finden Sie auf www.wesert.com.